Im Frühling dieses Jahres blühte noch Hoffnung. Ganz nach dem Hölderlin-Satz, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Die Gefahr? Ein Virus. Ein Virus, das bald Killer-Virus genannt wurde. Die Pandemie, die ein Ende machen würde mit der Welt, wie wir sie kannten. Das exponentielle Wachstum der Infektionsrate, der Kollaps der Gesundheitssysteme. Weltweit hunderte Millionen von Toten. Die Hoffnung aber, die war damals bei vielen. Vielleicht wird uns Corona auch etwas Gutes bringen. Nicht nur, dass wir unserer Sterblichkeit gedenken müssen. Durch den Lockdown haben die Menschen jetzt auch endlich mal Gelegenheit, zu sich zu kommen. Sich für einen Moment abzukehren von der überhitzten Maschine des freidrehenden Kapitalismus mit seiner gnadenlosen Wachstumslogik. Die Wirtschaft lahmzulegen, schien einigen wie ein erholsamer Winterschlaf. Die Leute konnten mal eine Pause machen. Die geschundene Natur konnte wieder zu ihrem Recht kommen. Das Hamsterrad des modernen Lebens konnte für kurze Zeit stillstehen. Und die Leute konnten sich einmal wieder nach dem Sinn des Lebens, nach dem echten Leben fragen. Wer man wirklich ist. Ich bin eigentlich ganz anders, wie es bei Odin von Horvath heißt. Ich komme nur so selten dazu. In Corona und im Lockdown sahen im Frühling noch einige die unverhoffte Chance, jetzt endlich mal dazu zu kommen, man selbst zu sein. Und die allergrößte Hoffnung, diese Krise, die war doch jetzt einmal etwas, was die Menschheit einigen könnte. Was die Unterschiede vergessen machen würde und die Menschen einander näher bringen könnte. Schließlich macht so ein Virus alle gleich, bedroht alle Menschen auf dieselbe Weise, überquert Grenzen, kennt keine Nationen, weder Ethnie noch Geschlecht. Eine globale Bedrohung dieser Art schien geeignet, die Spaltung der Gesellschaften fürs Erste zu überwinden. Tja, ein halbes Jahr später ist Herbst, die Blätter fallen und mit ihnen auch die Hoffnung, dass Corona uns einen könnte. Nichts war mit alle Menschen werden Brüder, wo Coronas Flügel weilt. Das hatte sich aber schon bald herauskristallisiert, dass die Polarisierung nicht weniger, sondern mehr werden würde. Viel mehr sogar. Nationale Interessen, nationale Alleingänge, Machtinteressen, Expertenstreite, die Spaltung der Medien in Mainstream und Alternativ, gute Demos, schlechte Demos. Die Gesellschaften scheinen durch die Pandemie in diesem Jahr noch viel mehr in Lager geteilt, als sie es eh schon waren. Einigen scheint sogar ein Bürgerkrieg nicht mehr weit weg. Und die größte Spaltung geht mitten durch uns. Sie geht mitten durch unser Alltagsleben. Der Riss geht durch die Familien, durch Beziehungen, durch Freundschaften. Heute muss sich jeder zu dieser Problematik verhalten. Ob er eine Maske trägt oder nicht. Ob er im Restaurant die richtigen Daten angibt oder nicht. Ob er überhaupt noch in Restaurants geht. Und wie er eben das alles sieht. Wie er die wissenschaftlichen Statistiken deutet. Für wie gefährlich er die Lage hält und so weiter. Corona ist in dieser Hinsicht zur neuen Religion geworden. Und überall lauert auf uns die Gretchenfrage. Sag, wie hältst du es mit der Pandemie? Warum ist das aber so? Warum denken wir so unterschiedlich über Corona? Warum streiten wir uns über etwas, was doch eigentlich Sache der Naturwissenschaften sein sollte? Der Medizin, der Epidemiologie? Denn ist es nicht eine Frage der bloßen Fakten und der wahren Theorie über diese Fakten, wie man zur Pandemie steht? Oder machen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt? Umso mehr bei so virulenten Fragen wie der nach der Wirklichkeit einer globalen Bedrohung. Hängen wir lieber einem Warnbild nach, als die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Die Menschheit ist so beschaffen, dass manche bei klarem Verstand bereit wären, ihre Jugend, ihren Körper, ihre Geliebten und Freunde, ihr Glück und noch vieles mehr auf dem Altar eines Warnbildes zu opfern, das sie Ewigkeit nennen. Dieser Satz stammt von der belgischen Schriftstellerin Amélie Nottant. Im Jahr 2020 heißt das Warnbild, auf dessen Altar wir so viel opfern, Corona. Aber warum ist das so? Und warum werden wir in Lager geteilt über die Frage, welche Maßnahmen angesichts dieser Bedrohung notwendig sind? Wir sollten doch in diesen Zeiten vor allem zusammenstehen. United we stand schließlich und divided we fall. Aber warum sind wir uns dann nicht alle einig? Warum zweifeln einige die Notwendigkeit der Maßnahmen an? Warum verweisen sie zum Beispiel auf Südkorea oder Schweden? In der Hoffnung, dass auch ohne größere Einschränkungen eben hätte klappen können, dass man die Notsituation übersteht. Warum sind einige sogar so vermessen, den Experten nicht zu glauben, den offiziellen Experten? Warum gucken sie sich alternative Fakten und Statistiken an und verharmlosen sogar das Virus so? Ja, und doch bei aller Spaltung auf der anderen Seite sehen wir ja doch etwas ganz Seltsames. Plötzlich sind Menschen einer Meinung, die sich gestern noch ideologisch spinnefeind waren, die überkreuzt lagen. Bei allem Streit, warum sind sich plötzlich auch so viele einig, die sich sonst nicht einig sind, über die herkömmliche Lager hinweg, links, rechts. Als würden sich die Enden der politischen Ideologie in Zeiten von Corona einander annähern. Wenn ein Linker wie der deutsche YouTuber Thilo Jung der Meinung ist, dass Skepsis gegenüber der offiziellen Corona-Version gleichbedeutend ist mit Zwietracht säen und im Zweifel an staatlicher Autorität, und genau diese Verteidigung staatlicher Autorität doch immer das war, was man rechts nannte, dann nähern sich Rechte und Linke in diesen Zeiten offenbar um einiges mehr als den Mindestabstand einander an. Entdecken rechts und links ihre Liebe in Zeiten von Corona? Nun, das Problem einer Pandemie und eines Shutdowns ist auch immer ein philosophisches, genauer ein moralisches Problem. Und an der Tatsache, wie wir dieses moralische Problem bewerten, kann man ablesen, welche Menschen wir sind. Warum die Menschen aber unterschiedlich moralisch urteilen, hat der US-amerikanische Psychologe Jonathan Haidt in seinem Buch The Righteous Mind erörtert. Haidt stellt darin die Theorie der Moral Foundations auf, also der moralischen Fundamente. Und diese Theorie erklärt, warum wir uns, vor allem im Bereich der Moral, eher an wahren Bildern als an der tatsächlichen Wirklichkeit orientieren. Ich glaube, mit Haidt's Moral Foundations Theory kann man auch erklären, warum unsichere Zeiten, warum eine Krise wie die Corona-Pandemie uns in zwei Lager aufteilt und die Verständigung zwischen diesen Lagern eben sehr schwierig ist. Das ist ja eine jahrtausendealte Diskussion in der Philosophie. Woher stammen unsere moralischen Urteile? Aus der Vernunft, sagt Platon, denn die Vernunft ist wie der Lenker eines Pferdewagens. Sie steuert und Mut und Begierde folgen. David Hume dagegen sagte, das moralische Urteil entstehe auf der Basis von Gefühlen. Der Verstand hat da nicht viel zu sagen. Wenn unsere Urteile aber aus der Vernunft stammen, wie Platon sagt, dann können wir über sie reden. Wir können mit Vernunftgründen argumentieren und überzeugen. Sie kommt der Wahrheit näher. Wenn sie aber aus dem Gefühl stammen, dann ist das schon schwieriger. Wir müssen dann erst die Emotionen des Menschen ansprechen und können ihn nur so auf unsere Seite ziehen. Wenn sich das moralische Urteil also nur aus dem Gefühl speist, wie David Hume sagt, ist es dann nichts weiter als eine Illusion? Und inwiefern hat dann das, was wir über Corona denken, überhaupt noch mit der Wirklichkeit zu tun? Ja, es hört doch jeder nur, was er versteht, heißt es bei Goethe. Und auch wenn wir noch nicht für unsere Seite gekämpft haben, sondern bloß hin und wieder mal uns in eine gewisse Richtung geäußert haben, und auch wenn wir einfach nur so fühlen, wenn wir einfach eine Seite unbewusst eingeschlagen haben, es ist unsere Seite. Die können wir nicht so einfach wechseln. Wir sind nicht vorurteilslose, leere Tafeln als Tabula Rasa auf die Welt gekommen, die sich eben langsam durch Bildung und Vernunft moralische Urteile aneignen. Welche Philosophie wir wählen, hängt davon ab, was für ein Mensch wir sind, wie Johann Gottlieb Fichte schrieb. Ja, würden wir täglich unsere Seiten wechseln, unsere Meinungen, unsere Positionen, dann würde das uns nicht nur als ziemlich schwach und prinzipienlos dastehen lassen, es würde uns auch selber verrückt machen, weil es uns unsere Identität nimmt. Es geht nämlich weniger darum, die wahrste Ansicht zu finden, indem wir jedes Argument sauber und kritisch mit der Vernunft untersuchen. Es geht uns darum, in welchem Team wir spielen, welcher Gruppe wir angehören. Und dieses Team gibt uns vor, welches moralische Urteil wir zu haben haben. Right or wrong, my country. Abweichung wird da, wie bei jedem Gruppendenken, nur sehr ungern gesehen. Nun, Jonathan Haidt schreibt, es geht uns nicht darum, als Menschen, eine konsistente Theorie über die Wirklichkeit zu finden, sondern es geht uns darum, die geeigneten Gründe dafür zu finden, warum wir so fühlen und urteilen. Anders gesagt, wenn wir diskutieren, dann suchen wir nicht nach den überzeugendsten Gründen, wir wollen nur Rechtfertigungen finden, warum der andere unserem Team beitreten sollte und warum wir in diesem Team sind. Dieser Effekt wird jetzt, wie man sieht, umso stärker, je größer die Bedrohung zu sein scheint, je größer die Angst, je stärker die Unsicherheit, desto mehr fliehen wir ins Herden-Denken, weil die Masse uns Identität und Sicherheit verspricht. Die Antwort auf die Frage, warum denken wir über Corona zum Beispiel, so wie wir denken, lautet also, es geht uns nicht um die Wahrheit, sondern um Zugehörigkeit zu einem Team. Und da ist uns jede Illusion recht. Was aber teilt uns in die verschiedenen Teams ein? Warum wollen wir diesem Team angehören, aber nicht jenem? Und warum können wir die Argumente des anderen Teams nur schwer nachvollziehen? Jonathan Haidt zeigt, dass Menschen sechs moralische Fundamente besitzen. Moral Foundations. Sechs Fundamente, auf denen ihre Urteile über Moral, über Politik und Gesellschaft beruhen. Alle Fundamente sind nach Gegensätzen benannt. Bei Haidt, es gibt das Fundament Fürsorge, Schädigung, Fairness und Betrug, Loyalität, Verrat, Autorität, Subversion, Heiligkeit, Entweihung und Freiheit und Unterdrückung. Und diese moralischen Grundlagen sind wie Geschmacksrezeptoren auf der Zunge. Wir haben sozusagen moralische Geschmacksnerven, die die Art und Weise bestimmen, wie wir auf Handlungen reagieren, wie wir sie sehen, wie wir sie empfinden. Nun sind diese Geschmacksnerven bei den Menschen nicht vollkommen gleichmäßig ausgebildet. Nicht jeder hat die gleichen Geschmacksnerven. Es gibt Menschen, die auf dem Rezeptor Fürsorge, Schädigung, Care, Harm, viel stärker empfinden, denen aber zum Beispiel Heiligkeit gar nichts bedeutet. Während anderen wiederum Freiheit viel wichtiger ist, beziehungsweise sie eine Handlung viel genauer danach bewerten, inwiefern sie jemanden unterdrückt, während jemand anderes dabei kaum etwas empfindet und nur darauf sieht, ob hier jemand fair oder unfair behandelt wird. Dass wir unterschiedliche Präferenzen haben, erklärt auch, warum wir unterschiedliche Weltanschauungen haben, politische Einstellungen und Ideologien. Heizforschungen zeigen, warum wir uns so schlecht darüber einig werden können, wie eine Handlung moralisch tatsächlich zu bewerten ist. Dass der eine zum Beispiel in dem Verbrennen einer Flagge oder eines Heiligen Buches vor allem eine Verletzung von Loyalität oder von Heiligkeit sieht, den anderen aber dieselbe Handlung relativ egal ist, solange eben niemand dabei verletzt wird oder in seiner Freiheit eingeschränkt wird, dass wir uns eben so schlecht darüber verständigen können. Das liegt auch daran, dass unsere moralischen Geschmacksnerven eben unterschiedlich entwickelt sind. Nun ist das Besondere in der Diskussion um die Pandemie und die behördlichen Maßnahmen meines Erachtens das, dass zwar alle Rezeptoren dabei angesprochen werden, vor allem aber zwei ausschlaggebend sind für die Trennung der Gesellschaft in zwei Lager. Die für Fürsorgeschädigung und die für Freiheit und Unterdrückung. Das Fundament Fürsorge-Schädigung, das sich evolutionsgeschichtlich durch den Schutz von Kindern entwickelt hat, das lässt uns einen möglichen direkten Schaden von Leib und Leben als übergeordnet über alle anderen Prinzipien empfinden. Also ein Schaden zum Beispiel für die Gesundheit. Das Fundament Freiheit und Unterdrückung hingegen sieht eher auf die gesellschaftlichen Folgen von Überwachungsmaßnahmen, von Handyortungen, von Notstandsgesetzen, Kontaktverbot und so weiter, die allesamt einen riesigen Kontrollstaat zur Voraussetzung haben, bei dem es eben auch nicht unbedingt klar ist, wie man den dann nach der Bedrohungssituation wieder losführt. Also diese beiden sind besonders angesprochen, aber auch die anderen moralischen Fundamente kommen durchaus vor in der Diskussion. Wenn Leute sagen, dass es jetzt vor allem darum geht, den Experten und Politikern zu vertrauen, keinen Verschwörungstheorien zu vertrauen, dann ist das Autoritäts-Subversionsfundament aktiv, was in unserer Evolutionsgeschichte dafür gesorgt hat, dass die Gruppe überlebt. Denn dafür muss eben eine gesellschaftliche Ordnung mit einem Führer und Anhängern geschaffen werden und der Souverän sagt eben, was im Ausnahmezustand zu tun ist. Auch Loyalität gegenüber der eigenen Gruppe spielt jetzt eine große Rolle, wie wir gesehen haben, überall da, wo es ein Wir gegen die anderen gibt und wenn es darum geht, Verräter in den eigenen Reihen auszumachen. Corona-Zweifler sind Volksschädlinge, die Zwietracht säen wollen in der eigenen Gruppe. Nun, bei einer Krise wie einer Pandemie wird nur ein Fundament besonders angesprochen, das uns dazu bewegt, alle Maßnahmen kritisch zu sehen, nämlich das von Freiheit und Unterdrückung. Alle anderen fünf aber lassen uns eher nach Schutzmaßnahmen rufen. Corona zeigt meines Erachtens exemplarisch, wie sehr wir aneinander vorbeireden, weil wir unterschiedliche moralische Fundamente und damit auch oft moralische Wahnvorstellungen haben. Die einen, die Gesundheitsapostel, wie Raphael Bonelli sie nennt, sehen vor allem die Kranken und die Toten, diejenigen, die leiden, die geschädigt werden, die zu einer Risikogruppe gehören. Die anderen, die Freiheitskämpfer, die sehen die zwar auch, aber sie empfinden deren Leid grundsätzlich ein wenig schwächer, beziehungsweise es wird in ihr moralisches Gefühl etwas weniger mit einbezogen in Relation zu etwas anderem. Denn dafür sehen sie auf etwas, was ihr Empfinden für Freiheit und Unterdrückung auslöst, die einschneidenden Maßnahmen von Notstandsgesetzen. Um darüber ins Gespräch zu kommen, hilft es, sich die moralischen Geschmacksnerven der anderen vor Augen zu führen. Uns das erst mal klar zu machen, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass andere Menschen einen anderen Fokus bei ihrer moralischen Bewertung der Tatsachen oder der Handlungen haben. Erst dann verstehen wir, dass sie nicht etwa schlechte Menschen sind, Autoritätshörige Schafe oder menschenverachtende Vaterlandsverräter, sondern dass ihr Urteil, ihr moralischer Geschmack uns einfach noch fehlt, weil wir ihn eben nicht erlernt haben, weil wir diese Geschmacksrezeptoren nicht haben. Wir können aber auch selber auf diesen Fokus uns konzentrieren. Wir können diesen Fokus einnehmen. So wie wir auch einen neuen Geschmack beim Essen erlernen können, indem wir neue kulinarische Erfahrungen machen können, können wir auch andere moralische Urteile mit der Zeit besser verstehen, wenn wir offen für diese Erfahrungen sind, wenn wir uns bemühen. Dazu müssen wir vor allem einander unvoreingenommen zuhören und darauf achten, welche Werte bei unserem Gegenüber bei der Betrachtung der Lage besonders wichtig sind. Wir sollten eben dabei vor Augen haben, dass die Welt eigentlich mehrdeutiger ist, als wir sie gerne hätten. Wir tendieren ja oft dazu, die Dinge zu vereindeutigen, um sie handhabbarer zu machen und uns nicht zu überfordern. Unser Wahn, der nicht selten ein moralischer Wahn ist, hilft uns, die Wirklichkeit zu vereinfachen. Doch der Wahn, wie es in Schillers Lied von der Glocke heißt, ist kurz, die Reu ist lang. Wenn wir unseren Wahn nicht allzu sehr bereuen wollen, hinterher, dann sollten wir versuchen, die Mehrdeutigkeit und Ambivalenz zu erkennen und auch auszuhalten.